Einen wunderschönen und willkommen zum zweiten Best-of-Video von Helmut Müller, GTA-Roleplay auf Lucky Five. Wie auch schon in Folge 1 sind hier Clips aus dem Stream, welche alle in etwa in den letzten 30 Tagen entstanden sind, mehr oder weniger random aneinandergereiht. Es lohnt sich also auch durchaus Folge 1 zu schauen oder einfach mal im Stream vorbeizuschauen auf twitch.tv slash ranzratte live. Das weitere... Mensch Helmut, jetzt reicht's aber auch. Was ist denn? Ja, du kannst mir nicht andauernd hier reinquatschen. Ich versuche hier gerade eine Anmoderation aufzunehmen. Reinquatsch. Ja, lustig. Haben wir alle gelacht. Jetzt lass mich wenigstens noch den Satz hier auf... Nein, gib mal her, dass... Ey! Hallo, Clip-Kompilation! Helmut, schrei nicht so in das Mikro! Doch. Helmut! Ja, warte, du willst doch bestimmt wieder nur erklären, dass die nächste Clip-Kompilation knapp 30 Tage dauert, weil du wieder Clips sammeln musst, oder nicht? Ja, natürlich. Ja, hab ich ja dann jetzt gemacht, dann können wir ja das Video... Ey, könnt ihr beide mal auf, wenn ich zu streiten, was einfach mal aufbleiben! Du hältst dich da raus! Oha, ihr müsst dich direkt zu übertreiben! Ja, ja, viel Spaß... Mach du. Viel Spaß mit dem Video. Mit dem Video! Helmut, hallo! Mach schnell, ich bin am Auto fahren und, äh, Telefon! Bus! Buse! Boah, ist aber das so doof! Haltiv, hier wollte... Ja, der Bus! Aaaaaaah! Uuuuuh! Au! 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 Also wenn Baumwolle nicht groß sind, ne, dann hab ich mich wahrscheinlich grad in die Hose geschitten! Du? Was? Wa! Au! 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 Euro! Au! 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 entschuldigung und eben sage ich mal einfach den den alltag mal ein bisschen sacken zu lassen da können sie sich gerne das getränke der herrschmacher und dann recht gut wie das samt heute um das catering wir haben bürger im angebot wir haben tacos mit allen möglichen belegen da beziehungsweise mit erfüllung das geht alles aufs haus gar da dürfen sie sich gerne bedienen das müssen sie für nichts zahlen heute abend auch die getränke gehen heute abend aufs haus wir haben gleich eine auswahl wir haben richtig da wir haben rum wir haben wein da okay ja es war die atm frage es war nicht die frage ob heute schon viel los war und viel los heute auch ja es geht so es geht so hält sich nur in grenzen ja okay hat sich was anderes außer den 800 ich wollte das haus von nikolaus morgen bevor ich etwas aufschreiben wenn ich aber höhe dass ihr mein opa ans gesicht schlägt dann will ich auch jemanden ans gesicht und deswegen frage ich erst mal nach ja ich war es ja aber entschuldigen sie bitte was stimmt da bei ihnen nicht ist du gehst zur seite jetzt Ja, ich war nicht. Wartet jetzt dein Ernst? Ja, na klar. War das mein Ernst. Gut. Dann kriegst du jetzt die Maurer vor uns zurück, Freund. Bam. Bologie. Brig. Gdzie Kuss. Bisher cellular. 호녀ge. Das ist ein bisschen. Eigentlich kommt die начала thermem. Jede ist ihr kein Preferen. Oh, ey. Nee, mir geht's. Oh, nee. Ah! Ah! Help! Du Adi! Und eins. Und zwei. Und drei. Warte mal, vielleicht hört ihr mich. Kannst du mal hupen? Geil! Okay, weiß Bescheid. Ich wünsch dir viel Spaß, Helmut. Dankeschön. Bis dann, Santiago. Das ist ein Haar-Berger. Ehhh. Öh-ehh. Äh-ehh-ehh. Ehhh-ehh. Ehhh-ehh-ehh! Ehh-ehh! Ehh-ehh! Ach du Scheiße, 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 scheiße, okay, komm her, du bist Nummer 1, Peter, komm her, was, uh, Peter, wehr dich, oh Scheiße, da war die Maurerfaust, das wollte ich nicht, guck mal, ich hab Blut am Boden nicht, es tut mir leid, alles gut, Peter, ist alles gut, alles gut, Peter, Entschuldigung, das hat gereicht, So, und, hey! Entschuldigung, die Platschgeräusche sind grad voll egal. Hä? So. Okay. So. Ich würde das gerne hier in diesem wunderbaren Ambiente überreichen wollen. Oder möchtest du erst wieder raus? Ich finde, das Ambiente passt. Ich fühle mich wohl. Dann kriegst du jetzt hier... Mach mal die Hände auf. Ich habe das hier in der Latte. Mach mal die Hände auf. Warte kurz. Es war wirklich schwierig, das zu organisieren. Aber ich habe einmal für dich das hier und einmal das hier. Bitte schön. Helmut. Bitte schön. Hack gemischt. Ja, kann man das nicht nehmen. Was hast du da? Alter. Ey, guck mal, der ist doch... Nein. Scheiße, die fallen da einfach nicht raus. Gebt euch gut dahinten. Hör mal. Dem ist da was reingeplupst. Ich glaube, der wollte das wiederholen. Hey. Ja, wieder. Das ist alles okay mit dir. Hey. Siki. Anis, was hast du vor? Warte. Anis. Ja, aber dies. Was machst du da? So. Ah. Seid ihr bescheuert? Helmut. Hey. 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 Scheiße. Ah. Helmut, halt. Ani gucke. Oder ani gucke. Oh. Whoa. Shit. Whoa. Whoa. Hey. Entschuldigung, alles okay? Oh scheiße, du hast voll die Macke drin, ey. Oh fuck. Oh fuck. Die wollen abgeholt werden. Die haben gesagt, die ist da irgendwo in der Nähe und die warten am Zivilader. Achso, okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Danke, fahr ich hin, bis hin. Entschuldigung. Geil! Oh Gott! Aua! 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 Ey, was war das denn? Ey, das war die Stopptaste. Ja, ey, woher soll ich das wissen? Aber der hat immer überall dran rumfummeln muss, ehrlich. Fummel! Meine Fresse. Ey, ich so arg! War das jetzt, oder was? Hat die mir das jetzt versaut? Hattest du noch klippt? Äh, ne, ich glaub das war's, Helmut. Ja, dann, äh, was sagt man? Was sagt man immer? Daumen hoch oder sowas, ey? Reiß nicht immer so am Mikrofon und ja, ja, kannst du ruhig. Echt? Ja, du machst doch immer, du willst, ey. Endlich hat das mal begriffen. So, ey, tschüss, Daumen hoch, wenn ihr wollt. Ansonsten nicht, ne? Euer Helmut. Mühler. Top. Tschüss.